Achtung bitte! Passagiere gebucht auf Lufthansa Star Alliance Flug LH 880 nach Tallinn werden umgehen zu Flugsteig A17 gewesen. Achtung bitte! All passengers booked on Lufthansa Star Alliance LH 880 to Tallinn are requested to proceed to Gate A17 in our our country. Sh rate to do 9.isei. Vielen Dank.